Welcher ist eigentlich der nachhaltigste Welt-ETF? Diese Frage ist schwierig zu beantworten, denn es gibt viele Nachhaltigkeits-Labels. Schauen wir uns einmal den bekannten MSCI World Index an. Den gibt es in verschiedenen Nachhaltigkeitsvarianten, die erkennst du am ESG in ihrem Namen. Wenn du nachhaltige MSCI World ETF finden möchtest, dann kannst du in unserer ETF-Suche hier oben MSCI World eingeben und dann den Filter Nachhaltigkeit aktivieren. Du siehst, dass es hier 59 ETFs gibt, also eine sehr, sehr große Auswahl. Diese ESG-Label können sich aber in ihrer Definition unterscheiden. Es gibt zum Beispiel ESG-Screened oder ESG-Enhanced. Hier sind die Definitionen, welches Unternehmen rein darf und welches nicht, unterschiedlich. Die strengste und somit vielleicht nachhaltigste Variante des MSCI World ist der MSCI World SRI, Social Responsible Investing. Hier werden aus den fast 1600 Unternehmen, die im World drin sind, rund 450 Unternehmen, die es noch in den SRI reinschaffen.